der ist so schlimm stabiler passt tatsächlich oder fast ganz ehrlich wenn ich den so versuchen würde ich würde ihn jedes mal zu hart wünschen ich weiß nicht mal video weil so soft und liebevoll wünschen kannst ganz ehrlich jetzt mal ganz ehrlich 99 prozent aller spieler hätten den ball dazu hart gepincht aber die mit liebe so zu wünschen ich hätte auch zu hart gepincht